hallo herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen blog redaktion 42 schön dass du wieder da bist endlich 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 ist sie da es gab beim versand doch eine große verzögerung gemeint ist die neue die letzte aufnahme der fab four der beatles ich habe eigentlich erwartet dass das ding am dritten november bei mir in der hand ist nein es hat dann doch zwei drei tage länger gedauert die digitale version kam schon genau am erstveröffentlichungstag um 14 uhr und 57 minuten und ich habe darüber geblockt ich mag es ich mag es wirklich und ich finde es eine wirklich schöne platte nein es wird nicht die musikgeschichte verändern dafür ist die aufnahme oder das lied zu schwach aber es ist eine für mich sehr sehr schöne erinnerung an gute alte beatles zeiten wir kennen die geschichte schon lernen nimmt dieses stück am klavier im dakota building auf jahre später schenkt yoko ono von mccartney diese kassette mit drei songs bei beatles anthology werden zwei songs quasi veröffentlicht restauriert jeff lynn hat es gut gemacht und der dritte song ja der war zu brummig es war ein elendes brummen drauf es war klavier es war dakota es war also keine tolle aufnahme und sie haben es damals nicht hinbekommen aber sie haben es jetzt hinbekommen nachdem peter jackson get back gedreht hat und die technik einfach deutlich weiter ist als die technik zu jeff lynns zeiten und durch den einsatz von künstlicher intelligenz von ki gelang es die stimmen von wo die stimme von john lennon zu isolieren das klavier in anfangszeichen auch rauszufiltern und das elende brummen wegzumachen so dass man eine glasklare stimme von john lennon hatte die anderen beatles haben ja dann die weiteren sachen beigesteuert george harrison ist ja 2000 und 11 verstorben an krebs und man hat seine getan parts von damals auch noch genommen als man damals versucht hatte diese ja musik zu retten jetzt ist es da und wie gesagt mir gefällt es und jetzt ist endlich die vinyl ausgabe da ich habe bestellt die blaue ich hoffe ich habe sie bekommen es gibt ja auch eine transparente es gibt eine schwarze und ich habe aber die blaue gestellt was ich allerdings nicht verstehe ist dieses cover da hat einer den photoshop gerade das erste mal entdeckt also das cover hätte man besser machen können wirklich wirklich besser machen können also das ist wirklich die rückseite ist okay now and then und es steht drauf dass ich die blaue vinyl habe da gucken wir jetzt mal ein messerchen und mit inlay sogar hat das passt nicht ganz auf so zack und wir haben auf der einen seite die b seite love me do neu überarbeitet glaube ich und hier die a seite mit apple der logo b seite und 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 ist sie blau sie ist blau und sie ist ein schönes blau geworden hier okay werden wir uns einmal anhören auf dem schaltklattenspieler und dann kommt es quasi ins archiv weil digital liegt die aufnahme vor wie gesagt mir gefällt sie manchen leuten finden sie zu schwach mein gott was soll das wenn ich einmal so ein lied hinbekommen würde wie john lennon einfach mal nebenbei dann wäre ich ja schon quasi ein gigant was ist noch drin es ist die geschichte ach das was ich euch gerade erlabert hab ist hier nochmal aufgeführt und hier sind die texte bei love me do ne es sind keine texte es ist einfach wer hat was gemacht keine texte love me do okay und now and then erspare ich euch vom singen schönes lied und ich muss sagen danke joko uno ohne joko uno gäbe es diese sachen nicht und das heißt das ist das aller allerletzte was die beatles gebracht haben mehr gibt es nicht ach vielleicht gibt es doch was wenn ich mir diese get back aufnahmen anschaue da ist noch so viel zeug was ich in dieser drei ja drei blu ray box gesehen habe aber warten wir es ab ich bin auf jeden fall dankbar jetzt habe ich sie und made in germany steht sogar drauf hey okay ich dachte die beatles aber ist okay in diesem sinne danke und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch ein beatles fan seid danke ciao